So, Öffnen und Trimmen! Alle Tegel, die Verträger! Einmal noch nach vorne. Und fix anladen. Nein, dem Schiff tut das... Ist das vollkommen egal, wenn ich gegen irgendwas dort sitze. Das muss so. So, gucken wir noch mal. Wie kommen wir denn hier in das Vor hinein? Das sieht so aus. Wie gesagt, schon mal, keine Gegner mehr. Ich wollte nicht hier sein. Es war egal. Ist da was? Ich muss jetzt hier kaputt machen. Wo kommen die ganzen Soldaten? Ist sie jetzt froh, oder was? So, den Spruch wollte ich halt schon den ganzen Tag bringen. So, mal noch eine Runde langsam machen und regenerieren. Da klettern wir mal nicht hoch. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Was jetzt? Eindringlinge ins Fuhr müssen sterben? Warum das denn? Ja, du bist in der Welt? Aha. Ich bin in der Welt. Nein. Genau, lad ruhig nach. Du hast alle Zeit der Welt. Und das war das Vor insgesamt. Wunderbar. Das ging ja wie auf Schüßlein. So, ein Haufen Zeug. Was haben wir da? Nein, die Kosti. Ein legendäres Schiff. Gewinn hoch. Interessiert mich nicht. Wobei, eigentlich interessiert es mich schon. So, da oben haben wir dann einen Dreier vor noch. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. Erstmal rausfinden, wo ich hier wieder rauskomme. Da eroberst du ihn vor und die lassen dich einfach irgendwo mittendrin stehen. Was betrifft euch, Käpt'n? Immer noch nicht genügend, doch ja. Habe ich wenigstens... Na gut, ich habe zumindest die maximale Panzerung schon. Auf der anderen Seite, kein Material heißt, auch keine doofe Animation. Da muss ich lang. Ich bin hier unten. Ich muss da oben hoch. Oh, okay. Ist das die richtige Richtung? Ja, passt. Oh, das hat sich auf dem vierten Platz hoch gearbeitet, was seltsame Dinge angeht. Mit Respekt. Und Blackie hat aus irgendeinem Grunde mehr seltsame Dinge gefunden, als ich in meinem eigenen Stream. Das ist... Das schreit auch nach seltsame. Wie sie sich da befinden. Die Bew motivates. Ich bin mir nicht mal irgendwas übrig toben. Okay,ios. Die W transpoy genau trifft sich dafür noch takich Punkpot. Alles sehr seltsam. Richtig. Alles sehr seltsam. Mal sehen, was passiert. Ich muss das mit dem Schiffkampf auch mal drücken, weil dann ist ja gleich durch. So, Jodas, zehn Leute töten. Ich glaube, das haben wir ja schon fast geschafft. Zack. Unblutig und schock. Ich finde die Reihenfolge sehr passend. Okay. Ah, Metall. So, bitte wieder zurück. War ja nicht noch irgendwo einer nach vorne. So, bitte wieder zurück. Feuer! Feuer! Ein Brücker, ein Brücker, ein Brücker! Zeltisches Feuer auf See bei Feuerschiffen. Ganz, ganz böse. ja ich schieße einfach durch mein eigenes das passt schon schief dann ändern wir mal die hier denn ist ja noch ein bisschen was haben Äh, zum Gericht. Ich meine, diese Buckelgewehre, also das Ding, was ich gerade benutze, ist schon sehr speziell. Ein Schnellfeuer und Minikanoon-Geschoss. Historisch akkurat, könnte man sagen. Ja, guck mal, wir haben noch nicht mal einen Fuß auf das Schiff gesetzt, und schon haben wir es bekommen. Ich habe mal geschaut, Platz 10 ist in Gefahr, da nähert sich jemand. Ah, nochmal sehr viel mitzahlen, finde ich super. Komm, holen wir das Geld davon. Hä, wirklich schade, wenn er endlich verlieren würde. Ja. Hier gibt es eine Brust, Brust. Schiffenart, sie verfolgen uns. Der Regner rennt nur nach Feuer und Brust. Feuer. Bereit zu feiern, Captain. Ja, nach Segel. Nach Meldung. Ne, Segel einholen. Ich glaube, den habe ich jetzt auch so komplett versägt. Na, egal. Ne, habe ich nicht. Wir sind irgendwie doch noch im Intern gelandet. So, du bist tode. Da hinten war doch noch einer. Komm, lass dich treffen. Okay. So, noch einer. Da taucht er noch auf. Geht doch. Der KC ist genauso wichtig wie ich. Hallöchen, Arrib. Sei gegrüßt. Mehr Metall, mehr Holz. Wunderbar. So, haben wir sonst noch irgendwelche Geschiffe hier? Nein. Ah, da haben wir einen Kopfgeldjäger. Der interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Wollt tatsächlich, weil der Dach da oben bin. Wobei, der Kopfgeldjäger, der Kopfschule von alleine auf uns. Das passt schon. Wir müssen aufpassen. Die Gewässer sind gut bewacht. Da fängt es jetzt immer noch an. Äh, ich meine, hallo, Schatz. Das ist es. Okay. Wir müssen nun doch noch diesen Kopfgeldjäger beseitigen. Was ist das? Feuer! Sie kommen auf uns zu! Feuer! 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 Wunsch für drei Schaden! Feuer! Feuer! Wo sind die Arme und die Mörder ideal? Feuer! Ich finde das lustig, wie du eine Crew die ganze Zeit besser weißt, was ich tun soll. Als hätte ich eine komplette Crew voller Kapitäne an Bord. Ich weiß, wie der Bot eingestellt ist, du cheatest. Wir sind sicher! Würde jemand bitte mal die... äh, die Endsoffel passieren? Achso, ich darf nicht während ... Stunden noch. Aaah! Feinden, äh! Nein, ich will da drüge. So. Darf ich jetzt vielleicht entern? Wäre sehr gut. Ja, jetzt darf ich. Sehr schön. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Den Typen kann ich auch nicht umringen. Das ist ja super. Hier war doch schon mal an Bord. Das war jetzt ein bisschen eine aktuale Variante. Aber... Manchmal geht's nicht anders. Komm. Stirb einfach. Was? Gut doch. Komm. Gegen dir fange ich jetzt nicht an zu sterben. Oh, zu sterben. Gut. Ja. Ja. Ist zwar knapp gewesen, aber es geht. 3x500 macht Platz 9. Wie du willst es? 500 macht Platz 8. Was? Lecky macht sich die krank, bis die sie nur gefällt. Man, ich war das nicht seltsam. Die sind aber echt nix wert. Was sagst du von meinen seltsamen Dingen? Die sind natürlich super. Ich weiß noch nicht, wofür sie benutzt werden können, aber sie sind super. Wir werden sie rammen. Oh. Was soll sie bündern? Na? So, den lasse ich da jetzt liegen. Ich habe da vorne noch ein Vor, was ich hier umrollen muss. Was so bei Sturm ist, die Reisegeschwindigkeit nicht möglich. Ist klar. Apropos Sturm. Gut zu wissen. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal ganz kurz zurück und mit irgendwas mein Schiff reparieren. Bevor ich jetzt es wage, einen Vor zu greifen. Oh. Oh. Eins. Das ist eins. Drei Vier Na komm Fünf Sechs Na vielleicht haben wir eine Die Kameraden haben schon ein paar Worte geliebt Noch 10 Na nein, das ist mit der Inflation näher Dadaada Da